einen wundervollen guten tag ihr lieben und herzlich willkommen zum längst überfälligen airdrop tutorial ich werde euch heute mal zeigen wie ihr an dem airdrop von corium teilnehmen könnt und euch core beziehungsweise x core sichern könnt werden wir uns gleich im detail anschauen außerdem habt ihr mir ein weiteres projekt zugetragen ich habe mich da jetzt offen gesagt in der tiefe nicht eingearbeitet aber werde ich auch hier zumindest einmal technisch zeigen wie ihr euch die xft über den airdrop von nf tempo sichern könnt auch hier gibt es einige angaben zu ich werde euch zeigen welche davon wichtig sind außerdem werde ich mal kurz vorab mit euch die frage klären ist es gefährlich eine trust line zu setzen und ich muss dazu sagen ich selbst bin natürlich kein david schwartz und ich bin jetzt auch nicht so tief drin in dem technischen thema als dass ich alles ausschließen könnte allerdings sollte normalerweise solange ihr einige einstellungen die ich euch gleich zeigen werde am ledger berücksichtigt eigentlich nichts passieren und das ganze gefahrenlos sein sowie auch in der vergangenheit falls du da im zweifel bist empfehle ich dir dich mit einer eigenen recherche im netz noch mal schlau zu machen bevor du irgendwas startest ja was brauchen wir um zu starten ich werde euch das ganze mit dem ledger nano zeigen wie auch schon immer in der vergangenheit weil das das gerät ist was ich jeden tag nutze und dementsprechend kann ich euch da mit guten gewissen erklären wie das ganze funktioniert ihr benötigt das xrp toolkit und euren ledger nano mit der xrp app die darauf installiert ist das xrp toolkit solltet ihr über den chrome browser öffnen und zwar unter xrp toolkit.com wenn ihr die seite xrp toolkit.com aufgerufen habt und euren ledger entsperrt an euren rechter gestöpselt habt könnt ihr hier auf connect wallet klicken vorher natürlich die xrp app einmal öffnen am ledger und auf connect ledger klicken danach wird er sich kurzen moment zeit nehmen und euch dann direkt verbinden und da sicherlich auch in diesem tutorial wie die die frage kommen wird ja freunde das ist mein gesamter xrp bestand genau 20,83 xrp was müssen wir jetzt machen zunächst einmal gehen wir hier oben auf account und gehen dort mal auf assets wenn wir auf assets gegangen sind dann wird uns hier angezeigt custom edit darauf klicken wir mal und dort gibt es jetzt drei parameter die es einzutragen gilt und die werden wir uns jetzt zunächst einmal hier von xft nehmen weil ich euch zu corium gleich noch ein bisschen was erzählen will zum ablauf von diesem airdrop ihr seht schon unten in dem bereich vorgefertigt die issuer address die kann ich jetzt einfach mal kopieren und dort einfügen parallel dazu gibt es dann noch den sogenannten currency code der ist in diesem fall xft kann man auch mal eben einfügen und dann ganz wichtig ein limit also die maximale zahl dieser token wie es gibt und wichtig ist dabei dass ihr dazwischen keine kommas setzt darauf gehen wir auch mal geben das ganze ein drücken auf next und jetzt seht ihr schon werdet ihr von eurem ledger gefragt ob ihr auch einverstanden seid damit und ihr seht hier unten bei flags set no ripple das ist das wichtigste was ihr einstellen müsst achtet darauf dass bei diesen flags nur ripple aktiviert ist danach geht ja im ledger soweit bis ihr das ganze bestätigen können das mache ich jetzt mal eben sein transaction und wenn ich das gemacht habe ist das ganze eigentlich schon erledigt das heißt ich habe jetzt meine 20 xrp qualifiziert für den xft airdrop tja so schnell geht es und das gleiche machen wir auch gleich mit corium hier möchte ich euch aber kurz erklären worauf es ankommt bei diesem airdrop denn ihr als xrp hodler bekommt im vergleich zum xft airdrop wo ihr ganz normal als xrp hodler eben teilnehmen könnt ohne irgendwelche bedingungen groß habt ihr hier einige dinge die eintreten müssen bevor das ganze dann auch wirklich greifbar wird und zwar gibt es jetzt das erste mal neben den typischen core token gibt es auch x core token diese x core token das ist im prinzip das was die solo und xrp hodler erhalten und zwar nur dann wenn ein gewisses kriterium eingehalten wurde und zwar das folgende x core ist ein optionstoken das gegen core token eingetauscht werden kann wenn der core preis 240 aufeinander folgende stunden also sprich 10 tage lang 10 dollar erreicht und darüber bleibt oder am 24 märz 2025 das bedeutet in der kurzversion am 24 märz ist der sogenannte snapshot also bis dahin müsst ihr quasi vorbereitet sein und die trust lines gesetzt haben danach ist aber ein viel wichtigerer zeitpunkt und zwar bis zum 15 mai da muss es soweit sein dass der core token übrigens aktuell bei knapp 60 cent dass der auf 10 dollar steht wenn der nicht auf 10 dollar steht und aus der heutigen sicht halte ich das für relativ wahrscheinlich dass er nicht auf 10 dollar steht kann es also sein dass ihr obwohl ihr alles richtig gemacht habt gar keine airdrop ausschüttung erhaltet jetzt zeitnah sondern dann erst jahre später spricht 2025 finde ich das cool definitiv nein ehrlich gesagt habe ich sowas auch in der form noch nie gesehen und insofern könnt ihr euch auch überlegen ob überhaupt daran teilnehmen wollt auf der anderen seite bin ich der meinung kann man ja in der regel nichts verlieren und dementsprechend werde ich mal daran teilnehmen und werde mir jetzt mal die drei parameter raussuchen die wir dafür benötigen dann beginnen wir mal hier mit dem issuer also mit diesem aussteller dann als nächstes geben wir den währungscode ein und da ist bei mir eine problematik aufgekommen die ich hoffe gelöst zu haben denn wenn ihr so eingebt dann steht hier invalid currency ich habe jetzt mal eine null hinten dran gesetzt und damit hat es funktioniert ich füge jetzt noch mal eben die grenze hier ein da müsst ihr darauf achten dass es keine commas gibt und dann gucken wir mal wirklich auch x core dabei rauskommt denn dafür sollte dieser code stehen ihr kennt es vielleicht bei farben auch da gibt es ja so farbcodes und so ähnlich ist es hier auch jetzt drücken wir mal auf next und sehen schon hier x core also dementsprechend ist alles richtig gewesen wir bestätigen das ganze wieder am ledger achten vorher darauf dass wirklich set no ripple gesetzt ist hier ja und wenn wir das gemacht haben seien wir die transaktion und danach sollte auch das ganze erledigt sein und wir uns auch für den x core airdrop qualifiziert haben ich habe das noch mal aktualisiert und schon sehen wir das jetzt auch hier x core am start ist ja probiert es mal aus vielleicht braucht ihr bei euch keine weiteren null setzen ansonsten wenn ihr fragen habt kommt sehr gern in die telegram gruppe freue ich mich auf eure fragen tja und ansonsten bin ich mal gespannt ob wirklich die 10 dollar erreicht werden by the way werde ich glaube ich auch noch mal ein paar core token so dazu nehmen denn von 60 cent auf 10 dollar würde mir auf jeden fall schmecken wenn euch das video gefallen hat lasst mir like da abonniert den kanal und ansonsten jetzt viel viel spaß bei der umsetzung bis zum nächsten mal ihr lieben bis bald ciao